Ja und hier aus der Menge der hereinströmenden Gäste konnte ich mir jetzt Hans Zischler herauspicken. Vielen Dank, dass wir für uns ein bisschen Zeit haben. Herr Zischler, guten Abend. Guten Abend, Frau Gerda. Sie gehen heute Abend in diese Metropolis-Weltpremiere. Eher skeptisch oder freudig erregt? Ich bin sehr froh, dass dieser Film in dieser Form überhaupt jetzt gezeigt werden kann mit dem Orchester. Und ich bin skeptisch, ob der Stummfilm, das ist ja eine Manifestation des Stummfilms, dadurch ein besseres Standing bekommt. Ich bin da sehr, sehr skeptisch, vor allem weil dieser Film ja nicht unproblematisch ist. Er wurde damals bei der Premiere, muss man ganz klar sagen, richtig zerrissen. Man sprach von kitschig überladen, einfach nur dumm. Muss man nicht eigentlich wirklich in zwei Filme trennen? Einmal diese Zukunftsvision der Stadt von morgen, Vision von 1927. Tja und dann diesen Liebes- und Weltverbesserungsplot, der vielleicht ein bisschen kritikwürdiger ist? Ja, ich meine, die Überwältigung durch den technischen Einsatz, der ist natürlich pures Kino. Da funktioniert das Kino auch. Und da nimmt man fast jeden Inhalt in Kauf. Nur dieses Welterlösungsdrama, das sich da versteckt, ist doch ein bisschen sehr heftig. Und eigentlich schmälert das in meinen Augen die technische Virtuosität. Also die kann man nicht verabsolutieren. Ja, selbst Fritz Lang hat sich danach auch ein bisschen distanziert von Ihrem Film. Herr Zischler, genau, von seiner Frau und damals Drehbuchschreiberin. Herr Zischler, Sie sind nicht nur Schauspieler, sondern auch Publizist. Sie interessieren sich sehr vor den Sturmfilmen. Sie haben vor allen Dingen ein hochgelobtes Buch geschrieben. Kafka geht ins Kino, heißt das. Nun ist Kafka ja leider drei Jahre vor der Weltpremiere von Metropolis gestorben. Was meinen Sie, hätte Kafka Metropolis gut gefunden? Kafka wäre nach meinem Empfinden von dem, wie ich ihn lese, mit Entzücken überwältigt gewesen. Er hätte wahrscheinlich völlig ungeachtete Inhalte sich dem hingegeben, weil in der Art, wie er das Kino gesehen hat, hat er gesagt, das trägt mich fort. Also ich muss da nichts Kritisches oder besonders Anstrengendes mir antun. Also er war in einer Weise ein hemmungsloser Kinogänger, wie es ihn kaum mehr gegeben hat später. Sind Sie ein hemmungsloser Kinogänger? Leider nicht. Vielleicht wird sich das heute Abend hier ändern. Vielen Dank, Herr Zischler, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich weiß, ich muss Sie jetzt entlassen, weil gleich werden hier die Pforten geschlossen, denn gleich beginnt die Gala. Vielen Dank und einen wunderschönen Metropolisabend wünsche ich Ihnen. Dankeschön. Tja, und während also die letzten Gäste sich jetzt hier im Friedrichstadtpalast in den Saal begeben möchten, wir Ihnen noch einen kleinen Ausblick geben auf das, was der Welt 83 Jahre lang vorenthalten war. Tja, und während auch das, was der Welt 83 Jahre lang vorenthalten war. Tja, meine Damen und Herren, Sie sehen es, um mich herum ist es leer geworden. Alle Gäste sind jetzt hier im Friedrichstadtpalast, denn nun beginnt sie die feierliche Eröffnung der Welt-Uraufführung von Metropolis. In jeder Beziehung ein Film der superlativen 36.000 Komparsen, 200.000 Kostüme, 5 Millionen Reichsmark hat er damals gekostet. Der teuerste deutsche Stummfilm aller Zeiten. Tja, und wem gebührt jetzt die Ehre der allerersten Rede heute Abend hier? Es ist natürlich Dieter Kosslick, der Leiter der Berlinale. Er wird jetzt die richtigen Worte finden, um ihn einzuleiten, diesen, man kann schon sagen, filmgeschichtlich einmaligen Abend. Bitte lauschen Sie Dieter Kosslick. Alle Moments, die einzeln während des Festivals in allen Sektionen zu sehen sein werden. Bitte begrüßen Sie den Festivaldirektor Dieter Kosslick. So wird man überstehen. Ja, meine Damen und Herren, guten Abend. Ich weiß gar nicht, was wir eigentlich ohne Friedrichstadtpalast die ganze Zeit gemacht haben. Großartig, dass das so geklappt hat. Ich wusste auch nicht, dass Schiller, Bach und Beethoven in Berlin geboren worden sind. Aber gut, ich meine, warum nicht? Sehr geehrter Herr, ich habe heute ungefähr 40 Reden gehalten. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, dass ich nicht alles durcheinander bringe, würde ich das gerne ablesen. Zum Beispiel den Satz. Sehr geehrter Herr Staatsminister. Der Humor ist noch nicht ganz so oben. Sehr geehrte Exzellenzen, liebe Gäste, liebe Filmfreunde, guten Abend, meine Damen und Herren. Kann man natürlich auswendig machen, aber man kann natürlich viele Fehler machen. Ich muss schnell machen, weil wir sind schon auf Sendung. Ich freue mich ganz besonders, Sie zu dieser außergewöhnlichen Vorführung und zu dieser Gala-Voranstaltung begrüßen zu können. Wie Sie ja gerade gesehen haben, feiern wir die 60. Berlinale. Und ich werde es als ein ganz besonders großartiges Geburtstagsgeschenk für die Berlinale, dass wir die Weltuuraufführung zum zweiten Mal, die Weltuuraufführung jetzt des Konstruierten von Metropolis mit der für Kultur, Bernd Neumann und der Friedrich-Monau-Stiftung, die das ermöglicht haben. Da war ein Hänger drin, aber ungefähr so. Vielen Dank. Der Film Metropolis war auch schon bei der allerersten Berlinale im Jahr 1951 übrigens im britischen Filmclub zu sehen. Und seither haben wir auf der Berlinale siebenmal Metropolis gezeigt. Heute Abend ist nun wirklich Schluss. Wir wissen, dass diese Aufführung heute Abend was ganz Besonderes ist. Und wir begrüßen und erleben diese Weltuuraufführung zusammen mit unseren Gästen in der Frankfurter Alten Oper in Frankfurt am Berliner Brandenburg Tor. Wir kommen da gerade her, Sie glauben es nicht. Ich dachte, da sind zwei Leute, da sind jetzt 2000 Leute. Man kann also auch nicht nur Fußball-Weltmeisterschaften im Sommer übertragen, sondern auch Kino im Winter. Auch das werden wir beibehalten, weil Sie sitzen ja hier im Warmen. Das müssen Sie mal mitmachen. Es ist ganz schön kalt dort. Und den Zuschauern von Fernseher in Deutschland, Frankreich und überall in Europa, wo man Arte empfangen kann. Ich freue mich auch heute Abend, dass Familienangehörige der Schauspieler von Metropolis hier im Saal die Premiere miterleben dürfen. Kann mal jemand die Hand heben, wer verwandt ist mit Metropolis? Ja, gut. Ich wusste es. Wir werden bei dieser Metropolis-Aufführung nicht nur durch die musikalische Begleitung des Rundfunks-Sinfonieorchesters Berlin etwas Außergewöhnliches hören. Meine Damen und Herren, ich will Ihnen nicht den Witz erzählen, warum Fritz Lang keine Kurzfilme machte. Aber, ich meine, jetzt steigt die Stimmung hier. Der Pegel ist am Kochen. Fast ein Kesselbundes. Wir werden heute Abend Sie und ich natürlich auch, werden Zeuge einer Weltsensation und Sie werden zum allerersten Mal Fritz Langs Stimme hören. Ich wünsche Ihnen einen spannenden und wunderschönen Abend. Vielen Dank und viel Spaß heute Abend. Dankeschön. Tschüss. Begrüßen Sie den Kulturstaatsminister Bernd Neumann. Exzellenzen, Frau Ministerin Schawan. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag, lieber Herr Kosslick, lieber Herr Junckersdorf. Ich freue mich besonders, dass die österreichische Kulturministerin Dr. Claudia Schmid hier ist. Herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, heute kehrt nach mehr als 80 Jahren der deutsche Stummfilm-Klassiker Metropolis nahezu in seiner Urfassung auf die Leinwand zurück. Hier in Berlin entstand 1927 das faszinierende Meisterwerk von Fritz Lang. Hier in Berlin wurde es uraufgeführt. Von hier aus ging Metropolis um die Welt. Ich freue mich sehr, dass sich der Kreis heute Abend schließt und Metropolis nach seiner legendären und turbulenten Reise den Weg zurück auf die Leinwand und auch zurück nach Berlin gefunden hat. Ein Höhepunkt im 60. Jubiläumsjahr der Berlinale. Herzlichen Glückwunsch für dieses Ereignis, Dieter Kosslick. Metropolis ist Mythos, ist ein Juwel unseres kulturellen, nationalen Erbes. Nur wenige Filme waren so stilbildend, insbesondere für Science Fiction und so einmalig in ihrer futuristischen Ästhetik. Ähnlich wie heute Avatar war Metropolis damals nicht nur die teuerste Produktion eines deutschen Films, sondern hatte ungeahnte Maßstäbe in Filmtechnik und Bildsprache gesetzt. Metropolis hat damit Filmgeschichte geschrieben und gehört zu Recht zusammen mit Meisterwerken wie Beethovens Neunter und der Gutenberg-Bibel zum UNESCO-Welterbe Memory of the World. Wir verdanken die Wiederauferstehung des Filmklassikers, dem schier unglaublichen Zufall, dass vor kaum zwei Jahren die alten Filmrollen mit der Urfassung, die über viele Jahrzehnte als verschollen galten, in Argentinien wiederentdeckt wurden. Wir verdanken sie vor allem aber auch den Fachleuten der Friedrich-Mohrnau-Stiftung in Wiesbaden, die den Schatz aus der rostigen Filmdose gehoben haben. Gerne hat die Bundesregierung mit 200.000 Euro dazu beigetragen, dass die Mammutaufgabe der Restaurierung in Rekordzeit gemeistert werden konnte. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Friedrich-Welter-Mohrnau-Stiftung, insbesondere an den Kuratoriumsvorsitzenden Eberhard Junkersdorf. Meine Damen und Herren, ich grüße hier aus dem Friedrichstadtpalast in Berlin von diesem besonderen Ereignis alle Zuschauer an den Fernsehbildschirmen wie am Brandenburger Tor und in der Alten Oper in Frankfurt sehr herzlich. Ich danke Ministerpräsident Roland Koch für die finanzielle Beteiligung Hessens an dieser Restaurierung. Ihnen allen wünsche ich einen schönen Abend. Freuen Sie sich auf eine besondere Entdeckungsreise in die Filmgeschichte. Vielen Dank.